Ein Überfall, das ist sehr gut. Verschiedene Gruppen von Piraten von der Fraktion, die verschlagenen Gauner, sind mit Landungskapsen in der Nähe gelandet. Sieht aus, als ob sie einen Tunnel graben wollen, um deine Verteidigung zu... Ja. Versucht er jetzt, Alisa näher zu kommen. Von mir aus soll er sie doch kriegen. Dann ist er neuer Liebhaber. Wer denn hat's erwischt? Pyroca versuchte ein Flirt mit Alisa durch das Beschreiben seiner Beobachtung zum Thema Das Fehlen von Außerirdischen. Alisa wurde erregt und ist jetzt mit Pyroca zusammen. Pyroca und Alisa wollen nun zusammen schlafen. Denkt darüber nach, ihnen ein Doppelfeld zuzuweisen. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Ja, nein, es ist schon passiert. Traumhaft. Ja, Pyro ist halt, ne? Der ist das gewohnt, dass Frauen versterben. Und holt sich halt einfach ne neue. Oh, Mann. Ah, sauber. Wurde erregt. Durch das Fehlen von, was weiß ich. Ne. Wie steht ihr denn sozial zueinander? Ja, wunderbar. 100. Okay, ihr hattet vorher schon tiefgründige Gespräche miteinander, okay. Deshalb war das wahrscheinlich relativ naheliegend, dass sie dann sich näher kommen. Ja, find ich cool. Find ich cool. So, haben wir noch ein bisschen, ja, wir haben hier noch Kalksteinblöcke. Dann können wir nämlich hier weiter bauen. Ruhig bis hier hinten und dann ist das Ding schon mal sicher. Wie gesagt, mach jetzt hier überall doppelte, doppelte Mauern. Dafür müssen die Bäume hier aus dem Weg. Die sind im Weg. Der hier kann weg. Und dann gucken wir mal weiter. Hunger. Ja, keine Ahnung, wer oder was da Hunger hat. Wahrscheinlich die Tiere und Kinder trägt den Reis. Und halt das Problem ist. Das ist jetzt. Zusammenbruchsrisiko leicht. Tetrick. Was ist los? Platzen. Ich muss auf Toilette gehen. Sonst platze ich. Ein Kolonist gestorben. Aber es ist bloß nach 2,7 Tage, dann geht es denen allen wieder ein bisschen besser. Alisa bräuchte den Gladius. Sie bräuchte eine bessere Waffe. Wir haben keine bessere Waffe. Nein, haben wir nicht. Doch, hier, das Ding. Schwere Maschinenpistole ist doch besser. Schaden 12, genau. Reichweite ist auch höher. Das Ding ist doch rundum besser als das Schweinenteil, was du hast. Hier. Wo ist der aus? Muss dann nicht mit dem Mist da oben rein. Das bringt doch schon mal was. Du kriegst doch bald deinen Arm. Sobald Fledermäuse hier mit dem Schneidern durch ist. Was bald der Fall ist. Den hat immer noch keiner geholt. Ich werde bekloppt. Hier, Alisa. Sorry, dass ich dich ständig unterbrechen muss. Aber rette mal bitte die Shitgürtel da. Aber so geht das ja nicht weiter. Hier hätte ich gerne... Verrücktes Tier. Hase. Meteorit. Okay. Hat Stahl gebracht und verrücktes Tier. Hase. Ist unterwegs. Geht scharf. Alisa. Are you ready? Oh. Okay. Super. Das war ja grandios. Wie sehen wir den hier aus? Hat er jetzt... Ach, der hat immer noch nie genug der Fleisch gebastelt, ne? Mach doch mal hinne. Sky. Oder ich behalte es einfach so. Ich sage bloß 200 bauen. Ach nee, der soll mal 500 machen. Dann sind wir auf der sicheren Seite. Das hält dann eine Weile vor. Was halt so ein Problem ist das hier mit den Tieren? Ein Überfall. Das ist sehr gut. Verschiedene Gruppen von Piraten von der Fraktion. Die verschlagenen Gauner sind mit Landungskapsen in der Nähe gelandet. Sieht aus, als ob sie einen Tunnel graben wollen, um deine Verteidigung zu... Okay, da sind drei. Und noch irgendwo welche. Da oben sind auch zwei. Okay. Hier, mach mal den Laden an. Nicht neu installieren, sondern... Einschalten. Ihr alle. Gas geben. Sky, das Ding hier betätigen. Sehr gut. Die da unten machen, wo er weiß, wo lang. Wir kümmern uns auch schon mal um die beiden da oben. Das sind ja nicht bloß zwei. Die haben auch keine gescheuten Waffen. Das ist perfekt. Dann schnappen wir uns die erst aus. Das gehen wir noch entgegen. Eigentlich brauchen wir denen nicht entgegen zu gehen. Genau. Stellt euch alle hier hin. Halt. Ja. Wir machen die lang. Das sieht gut aus. Genau. Schieß voll drauf. Sauber. Okay, das ist eigentlich schon fast erledigt. Dann müssen wir uns bloß noch um die unten kümmern. Gut. Sehr gut. Linke Speiche, linkes Bein. Kannst du was? Bergbau, Tiere, Medizin, Sozial. Du bist ein guter Kämpfer. Softwarelicher Schütze, Transhumanist. Jogger. Du bist gut. Du bist aber in drei Stunden tot. Da braucht nichts draus. Okay. Halt. Nee. Wir machen uns nach hier unten. Wir müssen noch nicht, wo die rein wollen. Die wollen in den Tunnel graben. Das sieht mir gar nicht nach Tunnelgräber aus. Okay. Tetrick hier hin. Pyro. Hier hin. Genau. Dann Sky dahin. Sieht's aus. Die wissen noch nicht, was sie wollen. Du da runter. Okay. Behandlung benötigt. Wen hat's erwischt? Okay. Nix. Nix wichtiges. Sauber. Sauber. Na los. Den hier kriegt er noch. Sauber. Sehr schön. Sehr schön. Und der ist bloß außer Gefecht. Was kann er? Na, Kauf. Konstruktion. Nix. Verdammt. Oh, da sind noch mehr. Habe ich gar nicht bemerkt. Okay. Go, go, go. Ja, sehr schön. Den hat's überlegt. Bleiben ganz bar liegen hier, ne? Na, nice. Sehr gut. Okay, was haben wir hier? Du bist in Ordnung. Nein, du bist ne Gurke. Ist ärgerlich. Du bist in Ordnung. Dich zu retten würde Sinn machen. Sollen wir's versuchen? Wer von euch ist schnell? Eigentlich keiner. Am besten wäre, wenn Pyro das machen würde. Hier, nimm den gefangen. Beeile dich am besten. Ihr da. Ihr könnt versuchen, den da oben zu kriegen. Das fände ich ganz gut. Meine, der hier kann da liegen bleiben, ne? Der ist nutzlos. Ja, das. Hier, den kriegt er noch. Der hat keine Chance. Dann, komm. Ah, gut, dass hier offen ist. So, fangen wir hier wieder auf. Verschiedene Gruppen. Das ist eigentlich ganz cool tatsächlich, muss ich zugeben. Na, sehr gut. Ist hinüber. Gut. Macht, was ihr wollt, Jungs. Habt ihr schön abgewehrt. Saubär. Jetzt ist bloß die Sache, ob wir den hier retten können. Wenn ja, dann wär gut. Ja, genau. Kümmer dich sofort darum. 0,8 Stunden. Ach, das kriegt er hin. Linkes Bein und linke Speicher hat es zerlegt. Das ist in Ordnung. Das macht nichts. Kriegt er ein neues Bein. Fertig ist. Du. Von wem seid ihr? Äh, die Vorschlaghammer. Das macht keinen Sinn, die zu retten. Genau. Hier unten hat es auch ihn erlegt. Der noch lebt. Aber der ist ja auch sinnlos. Ja, ist auch sinnlos. Genau. Gut, einfach alle erlauben und... Wir haben wenigstens einen neuen dann. Schade, dass der sein Bein verloren hat. Aber das geht noch. Hm, hm, hm. Also noch haben wir noch nicht. Aber... Ach, wo ist denn jetzt hier das Erlaubetool? Ja. So, alles erlauben. Danke sehr. Ist irgendwas eigentlich kaputt gegangen? Was wichtig gewesen wäre? Nicht wirklich. Sehr gut. Hm. Hat der irgendwas an, was interessant ist? Nein, hat er nicht. Dann soll er hier rumliegen. Ich mach mir jetzt hier auch nicht die Mühe, irgendwas zu tun. Genau. Blutverlust ist extrem. Hm, so. Gefängnis hier. Nicht freilassen. Ups. Anwärmen. Verbleibender Widerstand ist zwar relativ hoch. Aber... Ansonsten geht's. Der braucht halt ein Bein. Irgendwann mal. Sobald das sein Widerstand reduziert wurde, braucht er halt ein Bein. Das wäre halt dann hier mal so eine Aufgabe. Wenn der bionische Arm fertig ist, ein bionisches Bein herzustellen für ihn. Ähm, warum wollte ich ihn haben? Er kann nicht pflanzen. Er kann nicht kochen. Warum wollte ich ihn haben? Das ist die Frage, ne? Weil er wahrscheinlich, er kann Bergbau, er kann Tiere. Er ist sozial. Sozial ist gut. Und halt, er ist ein Nahkämpfer. Also ich kann ihn auf Nahkampf. Wobei er ist auch so, fehlt hier Schütze. Ja, der ist auch schon mal gut. Den können wir nehmen. Er ist schon mal besser wie in die Hand gekackt. Er hier halt. Ja, der kann gar nichts. Komplexe Arbeit. Äh, ich kann nicht. Gutes Gedächtnis. Was nützt dir das, wenn du nicht kannst? Ist auch ein Nahkämpfer. Alter, 70. Jawohl. Der ist ja komple... Wie alt bist du? 5,50. Okay, das geht noch. Cool, cool. Ich will gar nicht gucken. Wärst du sinnvoll gewesen? Nein. Bist du sinnvoll? Kochen. Du wärst... Naja, du kannst aber nie angreifen. Also auch eher so... Und du, mein Freund? Kannst auch nicht. Sehr gut. Dann ist ja in Ordnung. Dann haben wir hier wahrscheinlich den ähnlichen Halbwegsguten abgegriffen. Das, was bringt man denn bei? Na ja, Bergbau, ne? Dann muss Sky keinen Bergbau mehr machen. Sky, du machst jetzt keinen Bergbau mehr hier. Gar nicht mehr. Danke. Du bist ja auch hier unsere Köchin. Oh, mit Kochen auf 4 schon. Das hat schon... Hat schon was gebracht. Sobald sie Kochen 6 hat, kann sie ja die... Ähm... Die guten Mahlzeiten wieder machen. Dann sieht das hier nämlich alles schon eine ganze Ecke besser aus. Unsere Tiere hat es zum Glück nie erwischt. Das ist schon mal sehr gut. Die sind alle weiblich. Ich hab ein Pech, du. Alter, die sind alle weiblich. Was ist denn du hier? In der Bude, ey. Das hier können wir wieder ausmachen. Hat aber was gebracht. Das ist mal ganz gut. Was nicht so gut ist, ist, dass die hier rein wollten. Die Hugos. Aber passiert ist ja nichts. Federmäuser, was machst du? Du schaltest das Ding aus. Das ist ja wunderbar, dass du das machst. Alisa schmilzt den Schiss an. Ah, an. Ein, natürlich. Das ist auch gut. Kann, kannst Alisa mal bitte die, die Bude hier reinmachen? Die, die sieht aus wie, wer ist da? Und ich brauch die, die Stimmungsboost, den die kriegen davon. Dass die eine saubere Bude haben. Das ist wichtig. Alisa kommt halt nicht dazu, ne? Die hat so viele andere wichtige Aufgaben, dass sie nicht mehr zum Putzen kommt. Das kann Jimmy dann machen. Jimmy kann... Pflanzen null, ne? Transhumanist. Fühlt sich begrenzt. Also der freut sich sogar. Dass er ein sorgfältiger Schütze ist, ist natürlich auch nice, ne? Und ein Jogger. Der ist schon cool. Also auch ein Fernkämpfer dann, aber... Und so ist... Könnte mal jemand hier die Leute wegbringen, bitte? Der Revolver. Aber der Angriff war eigentlich gut zu überleben, tatsächlich. Ging echt gut. Liegt halt daran, dass die... Meine verbleibenden Leute sind ja noch sehr gut ausgestattet. Auch wenn sie keine Nahkampfwaffen haben. Alle mit den Snipern. Weil die Sniper machen schon was her. Das ist ja nicht so. Auch wenn hier auf die Entfernung wahrscheinlich... ...die anderen Waffen besser gewesen wäre. Was denn du? Ja, da ist keiner mehr. Genau, Angriff. Gottes Willen, wo läufst denn du lang? Ja, sehr gut. Immer drauf da. Na, was hast du? Immer noch keine Ölf. Schade. Ah, kurz davor. Hat bald ne Ölf. Muss nochmal in Angriff kommen. Ja, hier. Gut, der Winter ist langsam vorbei. Wir können uns darüber Gedanken machen, was wir wo anbauen. Hier ist Heilpflanze. Ja, das können wir da eigentlich auch lassen. Hier ist Reis. Das ist auch okay. Da ist auch Reis. Da ist Reis. Und da ist Baumwolle. Das können wir eigentlich genauso machen. Wobei ich halt gerade am überlegen bin, ob ich ne... Ist denn jetzt der Sonnenfinsternis? Ja, ist okay. Dann muss der hier mal ausgemacht werden, bitte. Der braucht so viel Strom sonst. Und der hier auch. Schmelzt das Ding noch und dann machst du bitte aus. Dann können wir uns nämlich Strom sparen. Wir sind jetzt hier bei minus 5000, was nicht so cool ist. Deswegen wäre es ganz gut, wenn ihr hier mal das Zeug ausmachen würdet. Die Heizung. Wir können die Beetpumpen auch ausmachen. Und das spart auch nochmal 500 Strom. Hier. Die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das Beet, das brauchen wir. Ja, die produzieren halt auch gerade nichts, ne? Ist ja wieder ganz klar, ja. Das Ding brauchen wir auch nicht. Kann auch ausgemacht werden. Hier oben. Achso, das ist aus. Ich weiß nicht, ob ich die Heizung hier anlassen soll. Könnt ihr bitte da oben das Ding ausmachen? Das wäre super. Wird bereits von irgendwen benutzt, der von sonst wo kommt. Pyro, du bist dann da näher. Kümmer dich mal kurz drum. Okay, wir haben minus 1000 im Moment. Das ist noch okay. Ja, Lisa geht da runter und macht die Heizung aus. Kann ich noch irgendwas ausschalten? Das hier. Oh, der Herd ist aber auch. Der braucht aber auch Power, du. Die gehen. 500 brauchen die. Das Ding ist aus. Das ist 200. Na kommt, ihr müsst ein bisschen... Oh. Ihr seid so Gurke, ne? Ja, Lisa kocht. Das sieht nicht gut aus mit dem Strom. Perfekt, dass die hier gerade nix machen. Ja, gehen wir gerade richtig ein. Minus 1700. Was kann ich denn hier noch ausschalten? Wo geht denn hier Strom weg? Nirgendwo. Also doch, überall. Hier zum Beispiel. Lisa ist schon schlafen. Pyro forscht noch. Pyro, mach mal hier den Strom aus. Und mach dein Forschungsteil auch aus. Dann kannst du jetzt mal Feierabend machen. Kannst du dann morgen wieder einschalten. Wir müssen jetzt aber erstmal hier den Strom ausmachen. bevor es Ärger gibt. So, ihr Tiere seid okay. Die haben halt nix zu essen, ne? Weil das hier niemand trägt. Der Hund ist halt beschäftigt noch. Mit hin- und hertragen von allem möglichen Zeug. Hier hat sich auch noch keiner drum gekümmert. Da steht die Bude noch offen. Nice. Müssen wir morgen machen. Machen wir erstmal schneller. Achso, es ist noch gar nicht so spät. Die haben das ganze Zeug schon ausgemacht, ne? Naja, gut. Warum Fledermäuse schon schläft, frage ich mich. Besuchergruppe. Das ist sehr gut. Die violetten Truthähne. Zwei Leutchen. Was machen die? Nicht schnell. Die machen hier ja schon eine Pause. Die haben leider nix zum Handeln dabei. Sky ist wieder dabei. Er kann wieder laufen. Obwohl er nur ein Bein hat. Ja, das ist in Ordnung. Was ist denn Speicher? Elle und Speicher. Ist glaube ich arbeiten, ne? Ja, linke Speicher. Das ist ja Licht. Ah, das ist echt. Der linke Arm ist halt... Ist die linke Speicher hinüber. Es ist doof. Also er bräuchte auch einen Arm, bevor er richtig nützlich wird. Wir haben einen bionischen Arm. Wunderbar. Alisa. Lege dich hin. Ach nee, hier. Körper, Operation, Aufgabe hinzufliegen. Implantiere bionischen Arm. Linke Schulter. Genau. Sehr gut. Lege dich hin. Pyro kommt gleich. Er kümmert sich dann um dich. Keine Ahnung, was er gerade macht. Licht. Wieso fehlt hier unten eigentlich schon wieder Licht? Wie ist denn das Licht hier kaputt? Wie geht denn das? Ach, so geht das. Ja, haben die Gegner von außen kaputt gemacht. Weil das hier an der Wand zählt. Aber wenn die Wand doppelt ist, dann... ...geht das nicht mehr. Ähm. Ja, Licht ist das Problem. Pyro. Tetrick, du bist da außen. Egal. Nee, nee. Operieren hier. Den Entwurf der Bahn. Pyro, du kümmerst dich... ... darum, sie zu operieren gleich. Ja, warte mal noch ganz kurz. Wie spät ist es denn? Ach, es ist 9 Uhr morgens gerade. Ist eh gerade nicht... Nee, hier. Oder... Ach. Ich weiß es auch nicht. Aber ihren neuen Arm zu verpassen, wäre schon mal gut. Dann können wir ihn dem anderen vielleicht verpassen. Weiß ich noch nicht. Na, der hat es ganz schön nervisch, den Kollegen. Ärgerlich. Ärgerlich. Polonist is missing sidearm. Patient wartet auf Operation. Pyro, bist du dabei? Klar, mach's dann. Sehr gut. Tetrick kümmert sich auch drum. Es wird hier gebaut. Halte, ich baut da... ...noch vier Stück. Sehr gut. Ja, dann kann ich mir überlegen... ...wenn ich gleich ein bionisches Bein und bionischen Arm für den Typen bauen will. Äh, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Können wir... Hier ist das ganze bionische Zeug. Aber es gab dann noch was anderes, ne? Hier zum Beispiel. Genau, stille Beinprothese. Ja, was bringt die? Details. Brennbarkeit. Körperteileffizienz ist relativ hoch. 85 Prozent, ne? Die braucht... ...40 Stahl, vier Bauteile. Aber man kann halt auch gleich einfach in... ...in Bein machen. Und dann überlegt man uns noch, was wir mit dem Arm machen. Ich muss mal gucken, wie... ...wie sehr ihnen die Speiche behindert, dass die kaputt ist. Dann überlege ich mir, ob er einen bionischen Arm kriegt oder nicht. Wir könnten uns das leisten. So. Hier ist Licht. Sehr gut. Pyro sieht, was er tut. Ja gut, er könnte die Armprothese kriegen. Aber ich glaube, so schlimm ist es nicht. Dass er eine Armprothese brauchen würde. Pyrovergaxene, ne? Alle verlassen sich auf dich. Vor allen Dingen Alisa, ne? Die ist deine... ...angetraute, deine neue. So, Armprothese liegt jetzt hier rum. 75 Prozent... ...Effizienz. Ich weiß nicht genau... ...arbeiten. Ja gut, der linke Arm ist halt noch komplett hinüber. Mal sehen, auf wie viel das hoch geht. Achso, ins Bewusstsein haut da auch rein. Es geht vielleicht. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Dann kriegt er erst mal nämlich bloß ein Bein. Was eine Idee wäre hier. Komm, hinzufügen. Bionisches Bein, bitte. Danke sehr. Sobald du kannst, hier machst du nochmal vier bionische... ...ä, Hightech-Bauteile meine ich natürlich. Zwei hast du hier schon rumliegen. Nice. Kümmert sich eigentlich jemand darum, dass hier angebaut wird? Noch nicht. Es sind sieben Grad im Freien, ne? Und hier steht, Jahreszeit unbegünstig... ...unbegünstige Temperatur. Erzähl mir doch nichts. Sieben Grad plus. Ach, Grad plus. Kann man doch was pflanzen. Hm. Stimmt's. Du, mit deinem bionischen Arm. Jetzt kannst du auch ne gescheute Wasche... ...ä, ne gescheute Wasche tragen. Waffe tragen, wenn ich natürlich. Und du kannst auch im Nahkampf kämpfen, im Notfall. Das ist sehr gut.